Wo die Liebe hinfällt, da soll sie gedeihen. Wie findest du die Idee eines Jazzfestivals speziell für Frauen? Finde ich auf jeden Fall interessant. Und ich denke, das ist schön, das mal unter dem Gesichtspunkt zu beleuchten. Einfach mal den Augenmerk darauf zu richten, dass es eben auch immer mehr Musikerinnen gibt im Jazz. Kennst du einen Musikerinnen-Wit oder einen über eine Instrumentalistin oder eine Instrumentengruppe? Musiker geht an einer Bar vorbei. Okay, der kürzeste Musiker, alles klar. Hast du schon vorher irgendwas von den Musikerinnen, die hier bei dem Festival jetzt dabei sind, gehört? Also es sind schon Namen, die man gelesen hat und schön, dass es sich so ballt. Kanntest du Halle vorher, beziehungsweise das Festival? Hast du schon mal was davon gehört? Ich habe schon mal was davon gehört. Ich hätte fast letztes Jahr gespielt. In Halle war ich noch nie zuvor. Es gibt so eine hallische Spezialität, die nennt sich Sohlei. Hast du Lust, das mal zu probieren? Hast du es schon mal gehört? Hast du es mal? Darf ich es ganz essen? Jetzt ist das Ei und jetzt esse ich es. Mh, köstlich. Auch noch Zauberin, wie krass. Wo war dein letzter Gig und wo wird der nächste sein? Mein letzter Gig war in Berlin vorgestern in einem Jazzclub namens B-Flat und der nächste Gig ist in Hannover im Jazzclub. Was ist dir lieber? Opernhaus oder Kneipe zum Spielen? Ich finde es persönlich im Opernhaus schöner, einfach weil da die Atmosphäre doch konzertanter meistens ist. Vor der Show, Sekt oder Seltas? Seltas. Und danach? Tee. Urlaub, wann und wo? Meistens mit Musik verbunden, gerne Konzertreise nach Italien zum Beispiel. Was ist dein Mittel gegen Heimweh? Liederschreiben. Musik 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 Musik